Wir sind's, André und die Morgenmädels, Hello Me und die verlorene Mette der Morgenmädels, das ist Christine. Und Christine, sie ist heute sehr, sehr erholt. Und jetzt findet den Fehler, was ist jetzt anders? Irgendwas anders? Ja. War das schon schön? Ja! So, und ihr wisst ja jetzt bestimmt auch, Mama und Papa, jetzt geht's auf zum großen Lampionumzug. Jetzt wird es ganz doll mutig, weil jetzt wird's gleich dunkel. Habt ihr Angst? Nein! Habt ihr auch alle ein Lampion dabei? Ja! Wir wollen vielleicht noch ganz kurz sagen, dass wir alle Wundersachen umhalten. Wir sind vom Radio, wir sind André und die Morgenmädels, das ist unser André. Ich bin die Christine und da sind die Glocken. Ich finde, Christine macht das ganz großartig. Ich nicht! Ich nicht! Da merkt man ein bisschen, was sie im Hauptberuf ist. Sie ist Hexe! Ja! Ja, toll! Jetzt hätte sie nie was anderes gemacht. Toll! Und du hast ihn wirklich vorstehen, ja. Du hast ihn wirklich vorstehen! Du musst vorstehen, genau! So. Du hast ihn vorstehen! Vielen Dank.